Dadadadam, Ghost'n'Goblins, äh, höh? Nein, verflucht. Ja, wir versuchen, äh, ein bisschen Ghost'n'Goblins zu spielen, ähm, haben logischerweise nur einen Player zur Auswahl. Und mal sehen, vielleicht funktioniert's ja. Wenn ich dann nicht, dann... Oh, nein! Was passiert hier? Das ist schrecklich. Das ist so schrecklich. Uns wurde die Frau gestohlen. Jetzt werden wir... Ah! Von fiesen gemeinten... Tücher. Oi! Oh, oh, ich bin nackt! Ah, ich bin nackt! Ich bin tot. Das fängt ja schon mal gut an. Wunderbar. Ich bin begeistert. Wie jetzt? Was passiert jetzt? Das ist die Welt. Ja, gut. Ich möchte jetzt aber gerne nochmal von vorne anfangen. Danke. Ich mach jetzt einfach die ganze Zeit so. Vielleicht bringt das aus. Ach, da muss man drüberspringen. Das war ein großer Quatsch. Hi! Hui! Ja, ja, von wegen. Au! Aua, aua! Nein, das ist nicht nett von dir. Du blödes Schlankentier. Nein! Oh, Mann, oh! Och, Kerl. Ja, das wird ein sehr kurzes Let's Try. Äh. Wenn man's denn nur so nennen will. Ja, ich weiß. Da werd ich niemals hinkommen. Nee, 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 nee Und hoi! Nein! Mann! Ich mach's schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Ich schäme mich. Haut ab! Mann! Ja, das Spiel macht Spaß. Ein bisschen. Oh, hör ab! Ah! Scheiß Goblins! Ja, ja. Ich weiß. Nerf. Nerf. Ja gut, Ghosts and Goblins. Ah, da. Deswegen. Continue. Ja, das will ich doch jetzt mal. Ich will's nochmal versuchen. Ja, ich weiß. Ja, ja, los. Komm. Ich möchte das nicht die ganze Zeit sehen. Das deprimiert mich, dass die Welt so lang ist. Äh, ja. Wuh, 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 wuh. Mhm, 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 mhm. Äh, äh, nein. Hau ab. Du auch. Ihr, ihr sollt alle abhauen. Äh, ja, 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 ja. Ja, ich weiß. Ihr seid Zombies und so. Das liegt in eurer Natur, mich aufessen zu wollen. Aber ich habe etwas dagegen. Hau ab. Verfolg mich nicht ständig. Hm, diese Geräusche, die machen mich etwas. Kirre. Oh, du stirbst jetzt auch. Danke. Ja, alle. Alle. Alle tot. Auch eigentlich diese Zombies mit den komischen Haaren. Danke. Oh, blö. Ah, voll. Oh, Mann. Warum ist er so schnell? Ich bin so... Äh, äh. Es macht Nis... Es macht die Sache nicht besser, wenn die mir das immer wieder zeigt. Ach, jetzt habe ich Start gerückt. Was soll ich da machen? Ja, ja. Sterbt. Alle. Kann ich dann nächstes durch mein eigenes Feuer laufen? Nein. Hör ab. Ja. Ja, schön. Ich glaube, jetzt einfach weiter, wenn er kommt. Er kann mich doch mal gerne haben. Nein, kann er doch nicht. Ähm. Er ist doch schneller als ich. Ja, ein letzter... Ein letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gebe ich es auf. NES-Spiele waren noch nie so mein Ding. Bis auf Tetris. Ah! Dabei dürfte das doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Das sind doch nur drei Knöpfe, die ich bedienen muss. Wenn man von Start uns zedeckt abzieht. Höhööööö. Hu. Hu. In den Rücken. Ein Messer in den Rücken. Ja, wisst ihr warum? Ihr seid doof. Doof seid ihr. Lalalalalool. Lalalalalal. Lalalalo. Geld. Ich weiß nicht, wozu das ist. Ich, äh, au. Äh, hallo, ich habe dich abgeworfen mit Messern. Warum? Nein, das ist auch ganz egal. Ich möchte mich gar nicht auf eine Diskussion einlassen. Denn bei meiner nächsten Begegnung mit diesem dummen Goblin sterbe ich ja sowieso wieder. Hahaha. Gibt mir das Punkte? Ja, ja, hör auf. Nein. Hau ab. Nein, hau ab. Mann, kannst du mal abhauen? Ja! Hahaha. Hahaha. Du blöde Kuh. Und jetzt sterbe ich. Ui. Ich bin nackig. Ich fühle mich nicht wohl. Stirb. Stirb. Ja, gut. Ey. Äh. Äh. Oh, oh, oh. Na gut. Ui. Ui. Nein. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser fangen. Und du blöder Kerl. Ja, es ist eine Herausforderung. Ich möchte fast sagen, es ist eine übermenschlich große Herausforderung, der ich eventuell überhaupt nicht gewachsen bin. Nein, das möchte ich nicht sagen. Es ist ja auch nicht so. Ach, haben wir hier jetzt den... Ah ja. Das, das, das bin jetzt nicht ich. Äh, das ist jetzt hier... Wow, der ist ja richtig gut. Der ist ja noch besser als ich. Der spielt ja echt noch besser als ich. Wahnsinn. Nö. Ja, was soll's. Ein weiteres, äh, ausprobieren dieser merkwürdigen Spiele, die ich eventuell demnächst let's let's playen könnte. Äh. Weitere werden möglicherweise folgen. Ja, doch. Oh, ist der schlecht. Der ist echt schlecht. Also, der ist echt noch schlechter als ich. Naja, gut. Ähm, das soll's erstmal gewesen sein. Steckt der in einem... Nein. In einem Fass? Nein. Egal. Äh, das soll es erst einmal gewesen sein. Ähm, seht es als lustige Unterhaltung für zwischendurch. Äh, den Metzger versagen zu sehen. In 2D-Plattformen spielen. Das ist ja auch... Ja, gut. Und, äh, ich wünsche euch was. Bis dann.